Das ist schon die zweite Wohnung, wo der Herr Bauer mir hier Ratschläge gegeben hat. Hier auf jeden Fall erst mal der Boden. Da waren Fliesen und die haben mir nicht gefallen. Und der Herr Bauer kam hier eines Tages an mit zehn verschiedenen Mustern. Und wir haben hier wirklich ganz lange zusammen auf dem Boden rumgelegen und geguckt, was am schönsten wäre. Und ich bin auch mega begeistert davon. Ich hatte vorher ein normales Bett mit so, wie heißt das, Lattenrost und Matratze. Ich hatte aber immer Rückenschmerzen. Dann habe ich mit dem Herrn Bauer gesprochen und dann hat er gesagt, ja, wir haben da was so und so. Und ich würde es nicht mehr hergeben. Also es ist mega gut. Bei meinen Schränken war es bei mir hier so, vorher hatte ich eine ganz große Wohnung, also das Doppelte von jetzt. Und ich musste alle meine Klamotten, meine Taschen und so weiter unterbringen. Das heißt, es sollte schön aussehen fürs Auge, sollte aber auch unwahrscheinlich funktional sein. Das Innenleben ist mega praktisch, super aufgeteilt und es gefällt mir von außen. Wenn ich da reinkomme, ist es aufgeräumt. Es ist schön. Und innen drin habe ich alles unterbekommen, was mir wirklich wichtig war.